Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS-Firmengruppe zu unserem Video, das wir am 24.09.2023 hochladen. Zu einem Thema, was wir noch nie behandelt haben hier auf YouTube und was ich auch sonst nirgendwo in einer Veröffentlichung auf einer sozialen Plattform gesehen habe. Also wenn du Immobilieninvestor bist und dich für den Kauf von Immobilien interessierst, dann ist das unheimlich spannend für dich. Dann bleib unbedingt dran und bring ein paar Minuten Geduld mit für diesen dichten Content hier. Wenn wir als Investoren uns für eine Immobilie zum Erwerb interessieren, müssen wir oft schon vor einer Besichtigung, spätestens mit einem Kaufpreisangebot, dem Makler und letztlich dem Verkäufer nachweisen, ob wir den Kaufpreis wirklich zahlen können. Entweder durch eine Finanzierungsbestätigung oder durch Eigenkapitalnachweis. Was die meisten überhaupt nicht machen ist, mal beim Verkäufer nachzufragen, ob dieser denn überhaupt problemlos die Immobilie liefern kann oder ob sich das verzögern könnte. Nun wirst du vielleicht denken, na und? Wenn die Immobilie nicht lastenfrei geliefert wird, wird der Notar den Kaufpreis auch nicht fälligstellen. Das schützt mich als Käufer doch. Und das ist auch absolut richtig. Du wirst den Kaufpreis nicht verlieren und wenn das Notariat einen Fehler machen sollte, auch das habe ich in über 20 Jahren schon erlebt, dann ist der Notar versichert. Aber es kann sehr wohl zu Verzögerungen bei der Abwicklung kommen. Das heißt, der Notar kann die Kaufpreis nicht fälligstellen und die Bank kann im Regelfall noch nicht auszahlen, wenn nicht andere Objekte mitbeliehen sind. Wenn du dann die Kaufnebenkosten mitfinanziert hast, was allerdings meist nicht der Fall ist, hast du schon ein Problem, weil Notarkosten und vor allem die Grunderwerbsteuer meist nach 8 bis 12 Wochen fällig werden. Die Maklerquotage sogar noch früher. Bei einem Kaufpreis von zum Beispiel 270.000 Euro sprechen wir über eine Summe von ca. 25.000 bis 30.000 Euro Kaufnebenkosten, je nach Bundesland. Auf jeden Fall aber musst du nach nicht allzu langer Zeit die sogenannten Bereitstellungszinsen bei deiner entfinanzierenden Bank zahlen. In den meisten Darlehensverträgen sind drei Monate Bereitstellungszins frei. Danach berechnet die Bank 0,25% pro Monat auf den noch nicht ausgezahlten Darlehensbetrag. Das sind immerhin auch 3% pro Jahr, ohne dass du Mieteinnahmen hast oder im Objekt wohnst, wenn du es im Kaufvertrag nicht anders regelst. Aber dazu kommen wir gleich noch. Nehmen wir das Beispiel von eben ein Bestandsobjekt mit einem Preis von 270.000 Euro und du finanzierst auch die 270.000 Euro. Da sind 0,25% immerhin 675 Euro monatlich. Für nichts. Es gibt nun Verzögerungen bei der Abwicklung, die relativ häufig vorkommen können und die nicht unbedingt planbar sind. Also das sind zum Beispiel Personalengpässe beim Notariat oder Grundbuchamt, die die Abwicklung verzögern. Planbar ist zum Beispiel das Mietervorkaufsrecht, dass die Abwicklung ungefähr 10 Wochen verzögern kann. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir dieses Video hier oben links. Ich glaube, das ist links bei mir, genau. Mietervorkaufsrecht, das musst du als Verkäufer und Käufer beachten. In den Städten, in denen wir kaufen, weiß ich zum Beispiel ungefähr, wie lange es bei Behörden dauert und kalkuliere das bei der Vereinbarung des Fälligkeitstermins. Aber das ist nur der einfachste Fall. Wenn du es mit Erbengemeinschaften, vielleicht noch mit minderjährigen Erben dabei zu tun hast, kann sich eine Vertragsabwicklung noch länger hinauszögern. Auch beim Kauf von Insolvenzverwaltern sind einige Dinge zu beachten. Und schwierig ist natürlich auch, wenn die Restschuld der im Grundbuch in Abteilung 3 eingetragenen Bank noch viel höher ist als der Kaufpreis. Denn dann kann sich die Abwicklung sehr viel länger hinauszögern. Wenn du dann selbst einziehen willst und deine alte Wohnung schon gekündigt hast oder verkauft hast, sitzt du auf gepackten Koffern. Dann kommen Kosten für die Unterbringung der Möbel dazu und Miete für die zwischenzeitliche Unterkunft. Muss der Kaufvertrag dann sogar rückabgewickelt werden, kann es ganz bitter werden. Dann verlangt die Bank die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Und da kommt im aktuellen Zinsniveau mit Sicherheit eine fünfstellige Summe heraus. Dazu die Markterkotage, die weg ist. Klar, in manchen Fällen hast du einen zivilrechtlichen Anspruch an den Verkäufer auf Erstattung, weil dieser ja für die Vertragsstörung verantwortlich ist. Aber erstens, das dauert sehr lange, ist mühselig und du musst erhebliche Kosten für den Rechtsstreit aufwenden. Dein Geld ist erstmal weg. Und zweitens, hängt es davon ab, ob der Verkäufer überhaupt Geld hat, ob da etwas zu holen ist. Und drittens, wenn du zum Beispiel von Insolvenzverwaltern kaufst, dann lassen diese sich immer unterschreiben, dass sie keine Haftung übernehmen. So, jetzt hoffe ich, dass ich dich genug sensibilisiert habe und dein Interesse für das Thema geweckt habe. Wie gesagt, ich spreche hier aus Erfahrung, nicht aus der Theorie. Deshalb bekommst du auch praktische Lösungen an die Hand. Und wenn dir solche praxisorientierten Videos gefallen, dann lass mich das gerne wissen, indem du diesem Video ein Like gibst und natürlich gerne auch unseren Kanal hier abonnierst. Nehmen wir als erstes den Fall, dass du von Erben kaufst. Vor der Kaufpreiszahlung, also bevor du deinen Kaufpreis zahlen kannst, muss das Grundbuch berichtigt sein, sodass die Erben als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind. Um das zu beantragen, benötigen die Erben einen Erbnachweis durch öffentliche Urkunde. Das kann ein notarielles Testament sein, ein notarieller Erbvertrag oder es muss der Erbschein abgewartet werden, wenn zum Beispiel nur ein handschriftliches Testament vorliegt. Sollte einer der Erben minderjährig sein, dauert es noch länger, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn die Verkäufer auf Nachfrage mitteilen, dass sie den Erbschein beantragt haben, musst du beachten, dass so ein Verfahren dauern kann, je nach Auslastung des Gerichts auch mehrere Monate. Für beide Seiten, Käufer und Verkäufer, ist die Beurkundung eines Kaufvertrages vor Erteilung des Erbscheins mit Risiken verbunden. Nicht selten tauchen dann im Verfahren, wenn der Erbschein beantragt wird, noch neuere Testamente mit anderen Regelungen auf. Der Verkäufer kann sich hier erheblich schadensersatzpflichtig machen, wenn er dann gar nicht Erbe oder nicht Alleinerbe ist und das Objekt nicht liefern kann. Bei notariellen Testamenten oder Erbverträgen ist die Sache etwas einfacher. Lass dir in diesen Fällen zum Beispiel bestätigen, dass der Grundbucheintragung der Erben als Eigentümer keine Hindernisse im Weg stehen. Das sollte die Verkäuferseite durch ihren Anwalt erledigen lassen. Und dann solltest du überlegen, ob du wirklich sofort vor oder kurz nach der Beurkundung den Darlehensvertrag schon unterschreiben solltest. Eine Lösung wäre, und das ist ein Tipp, den du in mehreren Fällen hier anwenden kannst, du könntest im Kaufvertrag vereinbaren, dass der Kaufpreis zum Beispiel erst drei Monate nach Eintreten der sogenannten Fälligkeitsvoraussetzung fällig wird. Üblich sind 10 Tage oder 14 Tage. Aber es gibt ja Vertragsfreiheit und drei Monate oder auch mehr wären auch möglich. Drei Monate nach Erfüllung aller Fälligkeitsvoraussetzungen, das würde dir genug Zeit einräumen, in Ruhe eine Finanzierung abzuschließen, nachdem von Seiten des Verkäufers alles klar ist und dieser liefern kann. Wenn du eine selbstgenutzte Immobilie kaufst, dann hättest du auch durch die drei Monate genug Zeit, deine alte Wohnung zu kündigen, den Umzug zu organisieren und so weiter. Alles in der Gewissheit, dass die Vertragsabwicklung dann auch planmäßig klappt, weil die Fälligkeitsvoraussetzungen ja schon erfüllt sind, klappt natürlich, sofern du deine Finanzierung sicher hast. Das ist allerdings auf Käuferseite nun wieder oft eine gewisse psychologische Hürde. Auch bei Mietervorkaufsrechten kennen wir das. Viele Käufer möchten auf Nummer sicher gehen, wie sie so schön sagen, und erst die Finanzierung abschließen, bevor sie dann eben kaufen. Aber wie gesagt, bei Verkauf durch Erben und in einigen anderen Fällen musst du unter Umständen umdenken. Wichtig ist natürlich vorher, die Finanzierbarkeit grundsätzlich mit der Bank geklärt zu haben. Und der zweite Nachteil könnte sein, dass sich die Konditionen bis zum Vertragsabschluss, also dem Darlehensvertragsabschluss, dann verschlechtern. Du musst in solchen Fällen mit Fachleuten die Risiken und möglichen Kosten der einen oder der anderen Variante abwägen. Jetzt wirst du vielleicht einwenden, aber die meisten Verkäufer wollen doch sofort ihr Geld. Warum sollten die sich darauf einlassen, die drei Monate noch zusätzlich zu warten? Die Antwort ist kurz gesagt, weil die Verkäuferseite ja der Grund für die Unwägbarkeiten und Risiken sind. Aber die Verkäufer wissen und verstehen das unter Umständen nicht. Dann musst du eben versuchen, diese Risiken zu erklären. Am besten du bekommst den Makler auf deine Seite. Für Makler ist wichtig, dass du trotz der längeren und viel späteren Fälligkeit des Kaufpreises und längeren Abwicklungszeit die Quotage schnell zahlen kannst, zum Beispiel aus Eigenmitteln. Das solltest du sicherstellen und betonen. Dann hast du Chancen, dass der Makler dich in den Gesprächen unterstützt. Oder du machst mit den Verkäufern, also diesen Erben, bei einem Notar oder Rechtsanwalt einen Termin und der klärt dann die Verkäufer über die möglicherweise längere Abwicklungszeit auf. Wenn minderjährige Erben involviert sind, wird die Sache richtig kompliziert. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr ausführen, nur einige Schlagworte. Der Kaufvertrag muss dann vom Familiengericht genehmigt werden und der Notar sollte den Vertrag am besten vorher mit dem Familiengericht abstimmen. Übrigens, es ist üblich, dass so eine Genehmigung locker mal sechs Monate dauern kann. Es kann auch notwendig sein, dass ein Ergänzungspfleger bestellt wird, denn bei Grundstücksgeschäften dürfen Eltern ihre minderjährigen Kinder grundsätzlich nicht vertreten. Ausnahme ist, wenn im Testament des Erblassers schon Testamentsvollstreckung bestimmt wurde. Dann muss der Notar prüfen, ob die Formulierungen eine Abwicklung zulassen, zum Beispiel ob Befreiung von § 181 BGB vereinbart wurde und so weiter. Wenn du also mitbekommst, dass minderjährige Erben dabei sind, dann solltest du erst den Kaufvertrag beurkunden, wenn das Familiengericht den Entwurf kommentiert und genehmigt hat. Und die Abwicklungszeit beachten, das Thema hatten wir ja eben schon, wie du da reagieren kannst. Natürlich musst du nicht jeden Fall, den wir hier darstellen, und jeden Schritt, wie es dann juristisch gelöst wird, auswendig wissen. Dieses Video soll dich für die schwierigen Fälle sensibilisieren, sodass du solche Konstellationen erahnst und relativ schnell erkennen kannst. Um dann schnellstmöglichst Fachleute hinzuzuziehen und deine Kaufverträge und Finanzierungen bestmöglich anzupassen an die Gegebenheiten. Relativ häufig kommt es auch vor, dass Kinder oder Enkel eine Immobilie für ihre Eltern oder Großeltern verkaufen. Die Eltern sind zum Beispiel schon im Heim und das Haus soll verkauft werden. Meist hat man als Käufer ja aber mit dem Makler zu tun und bekommt dann nicht unbedingt mit, in welcher Konstellation verkauft wird. Aber erstens frage ich den Makler immer nach den Verkäufern und deren Interesse und zweitens siehst du auch das Geburtsdatum der Eigentümer im Grundbuch. Die Frage ist also bei älteren Eigentümern, können diese noch selbst zum Notartermin kommen oder haben die Kinder oder Enkel eine notarielle Vollmacht von ihren Eltern oder Großeltern? Wenn keine Vollmacht vorhanden ist, sind die Eltern noch geschäftsfähig. Dann könnten sie ihren Kindern oder Enkeln noch eine notarielle Vollmacht erteilen. Notare kommen dafür auch in Altenheime und Krankenhäuser. Der Notar sollte dann prüfen, ob die Vollmacht alle wichtigen Inhalte für einen Kaufvertrag enthält. Da gibt es einige Formulierungen, die die Vollmacht enthalten muss. Für den Fall, dass die Eltern oder Großeltern nicht mehr geschäftsfähig sind und auch keine notarielle Vollmacht erteilt haben, muss ein Betreuer durch das Gericht bestellt werden. Das Gericht sollte bei der Bestellung schon auf den bevorstehenden Kaufvertrag hingewiesen werden. Das Betreuungsgericht ist übrigens immer das zuständige Gericht am Wohnort der zu betreuenden Person. Der Betreuer wird in den meisten Fällen ein Gutachten durch einen vereidigten Sachverständigen beauftragen, um eben hier einen vernünftigen Kaufpreis für sich zu ermitteln. Ansonsten läuft man Gefahr, wenn man das nicht macht, dass das Gericht dann später den Kaufpreis nicht akzeptiert und nach Kaufvertragserstellung noch ein Gutachten einholt. Alles schon erlebt. Der Notar muss dann letztlich im Zuge der Abwicklung eine betreuungsgerichtliche Genehmigung einholen. Das Ganze ist sehr zeitaufwendig und mit Kosten verbunden für die Verkäufer. Deshalb, wo immer es geht, sollte mit Vollmachten gearbeitet werden. Wenn ein guter, sachkundiger Makler involviert ist, hat dieser die nötigen Schritte schon eingeleitet und das Gutachten liegt vor, bevor das Objekt an den Markt geht. Aber wie gesagt, oft ist das nicht der Fall. Und es kann ja auch Fälle geben, in denen du ohne Makler kaufst. Dann ist das sowieso wichtig hier, dass du das weißt. Wenn du von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kaufst, einer GbR, oft ist das eine Erbengemeinschaft, die so organisiert ist, ist das eigentlich unproblematisch. GbRs sind bisher in keinem Register eingetragen. Daher wird gemäß § 899a BGB vermutet, dass die Personen, die im Grundbuch genannt sind, auch alleinige Gesellschafter der GbR sind. Aber das ändert sich jetzt zum 01.01.2024. Da wird nämlich ein Gesellschaftsregister für GbRs eingeführt. Wenn eine GbR also ab 01.01.2024 Grundbesitz erwirbt oder verkauft, ist vorher eine Registrierung erforderlich und zwar vor Beurkundung. Das gilt auch für alte GbRs. Wenn du also im Grundbuch siehst, dass eine GbR verkauft, frage direkt nach, ob diese schon eingetragen ist oder die Eintragung beantragt wurde und beachte die Verfahrensdauer zur Eintragung beim Register. Ein weiterer Fall, der dich als Käufer zumindest zum Nachfragen veranlassen sollte, bevor wir zum Insolvenzverwalter kommen, ist, wenn du im Grundbuch siehst, dass die Grundschulden den Kaufvertrag oder den Kaufpreis übersteigen. Denn du als Käufer willst ja lastenfreies Eigentum erwerben und es könnte Probleme geben, wenn die Restschulden des Verkäufers tatsächlich noch höher sind als der Kaufpreis. Im Grundbuch suchst du natürlich nur die Grundschuld, nicht die Höhe der Restverbindlichkeit. In den meisten Fällen klärt sich das auf und ist unproblematisch. Entweder die Restschuld wurde wirklich schon entsprechend getilgt oder es wurden mehrere Objekte mit der gleichen hohen Gesamtgrundschuld belastet. Bei uns zum Beispiel ist das regelmäßig so. Wir verkaufen eine Wohnung für zum Beispiel 210.000 Euro und im Grundbuch steht noch eine Grundschuld von 1,83 Millionen. Das liegt daran, dass wir diese Grundschuld bei Ankauf und Voraufteilung des Objekts für eine Teilfinanzierung des Kaufpreises für das Gesamtobjekt haben eintragen lassen und diese Grundschuld dann bei Aufteilung in alle Grundbücher übernommen wurde. Natürlich haben wir in unseren Darlehensverträgen mit der Bank eine Vereinbarung getroffen, zu welchen Kaufpreisen die uns finanzierende Bank die Löschungsbewilligung erteilt und erteilen muss und welche Summe dann an die Bank gezahlt wird. Aber ich wundere mich, dass Käufer bei uns auch nie nachfragen und beispielsweise eine Bestätigung der Bank verlangen. Das zeigt andererseits natürlich auch das Vertrauen, das uns unsere Mandanten entgegenbringen, was uns freut. Aber wenn du irgendwo am Markt kaufst und nicht bei uns, dann würde ich vom Verkäufer eine kurze Bestätigung der Bank verlangen, dass zu dem Kaufpreis Löschungsbewilligung erteilt wird. Ich habe es zu Anfang schon gesagt, du verlierst den Kaufpreis natürlich nicht, weil der Notar den Kaufpreis nicht fällig stellt, aber Verzögerungen oder Rückabwicklungen von Kaufverträgen können für dich trotzdem mit hohen Kosten verbunden sein. Wobei du auch richtig Geld verlieren kannst, ist bei Drohung der Insolvenz des Verkäufers. Der Verkäufer kann seine Raten nicht mehr bezahlen, die Banken drängen auf einen Verkauf. Oft haben sich dann auch schon mehrere Banken im Nachrang eintragen lassen ins Grundbuch. Und um das Objekt lassenfrei zu bekommen, muss eine Gesamtlösung gefunden werden. Als Käufer bist du aufgrund der Vormerkung im Insolvenzfall geschützt, aber es könnte sein, dass der Verkäufer nebenabreden nicht mehr einhalten kann. Zum Beispiel, wenn im Kaufvertrag festgehalten wird, dass der Verkäufer noch irgendwelche Sanierungsleistungen zu erbringen hat oder noch für eine bestimmte Zeit als Mieter dort eine bestimmte Miete entrichtet oder ähnliches. Diese noch zu erbringenden Leistungen des Verkäufers hast du vorher natürlich einkalkuliert und die können im Zuge einer Insolvenz ausfallen. Insofern in solchen Fällen am besten Kaufverträge komplett ohne nebenabreden, beurkunden, lieber den Kaufpreis entsprechend herunter verhandeln. Zum Schluss noch kurz ein paar Hinweise bei Verkauf durch einen Insolvenzverwalter. Ein Insolvenzverwalter darf Grundbesitz veräußern, wenn dieser zur Insolvenzmasse gehört. Anmerkung dazu von mir, es kommt gar nicht selten vor, dass Insolvenzverwalter Grundbesitz wieder freigeben, wenn dieser über den Verkehrswert hinaus belastet ist. Dann ist der Eigentümer wieder verfügungsberechtigt und es gilt das, was ich eben zur Löschung und Nebenabreden gesagt habe. Wenn Objekte zur Insolvenzmasse gehören, gibt es einige Besonderheiten. Der Insolvenzverwalter ist im Zweifel Unternehmer, das heißt die 14-Tages-Frist-Vorbeurkundung muss eingehalten werden und der Insolvenzverwalter muss gegebenenfalls auch noch die Zustimmung der Gläubigerversammlung einholen. Also auch hier ist mit einer längeren Vertragsabwicklung zu rechnen. Wirtschaftlich relevant ist, dass der Insolvenzverwalter in der Regel keine Haftung und keine Kosten übernehmen will, auch keine Kosten für Lastenfreistellungen. Der notarielle Kaufvertrag wird also recht einseitig hier formuliert werden. Auch besteht eine erhöhte Gefahr für rückständige öffentliche Lasten, wie Erschließungsbeiträge, Grundsteuern usw. und für Wohngeldrückstände. All diese Aspekte solltest du von vornherein bei der Abgabe deines Kaufangebots berücksichtigen. Schreib doch gerne mal als Ergänzung in die Kommentare, welche Fälle du als Käufer schon erlebt hast, bei denen es auf der Verkäuferseite zu Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung kam, wie du mit deiner Finanzierung und Bereitstellungszinsen umgegangen bist und wie es letztlich gelöst wurde. Von einem solchen Erfahrungsaustausch profitieren wir alle. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du unseren Kanal hier abonnierst, wie schon gesagt. Und falls du das noch nicht gemacht hast und wenn du die Glocke aktivierst, denn dann ist die Chance wesentlich größer, dass dir unsere neuen Videos zukünftig angezeigt werden und du keine für dich interessanten Themen mehr verpasst. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos verlinkt. Als erstes passend zum Thema unser Video Verkäufer kann Immobilie nicht liefern und Notarvertrag nicht erfüllen, in dem wir erzählen, weshalb ein Kaufvertrag bei uns einige Monate lang nicht abgewickelt werden konnte und wie wir es gelöst haben. Und als zweites unser Video über die Auszahlungsvoraussetzungen, damit ein Darlehen für eine Kaufpreiszahlung rechtzeitig ausgezahlt werden kann. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Kleszewski